Hallo ihr Lieben, ich bin es eure Sandra Rose Fröhlich. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin von Beruf Köchin, Diätassistentin, komme aus dem Diabetessektor als Diabetesberaterin, habe letztendlich jahrelang immer Diabetespraxen aufgebaut, bis meine Berufskollegen irgendwann mal auf der Fortbildung gesagt haben, Sandra, wann machst du eigentlich mal deine eigene Praxis auf? Die gibt es mittlerweile schon seit mehreren Jahren in Lüneburg. Wir haben Kassenzulassungen zum Thema, dass sie ja in die Ernährungsberatung bei uns tatsächlich zu 100% von den Krankenkassen erstattet werden und wer also da Lust hat, mehr zu machen, auch das Thema Verhaltenscoaching ist ja immer wieder Thema, wie verändere ich mein Verhalten? Wer online einfach ein bisschen gucken will, natürlich machen wir Videoberatung und Telefonie, also alles, was für euch an Kanälen möglich ist. Und auf YouTube bin ich auch ein bisschen unterwegs, alles manchmal auch noch so ein bisschen, ja vielleicht in den Kinderschuhen, aber ihr wisst ja, alle fangen irgendwann mal an. TikTok und Insta findet ihr auch ganz viele Infos. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch einfach gerne und ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag. Bis dann, eure Sangha. Tschüssi!